Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 56 und ich weiß genau, was ihr euch gerade denkt. Ihr denkt euch wahrscheinlich gerade, hm, wieso heißt denn der Titel heute nicht langweilig? Und ja, ich gebe es gleich zu, ich würde sagen, wir machen es wie ein Pflaster, ich ziehe es einfach schnell und kurz ab. Es wird langweilig. Nein, natürlich nicht. Also die Idee hinter dem heutigen Podcast ist es, ein allgemein recht langweiliges Thema oder ein Thema, das als sehr langweilig gilt, beziehungsweise genauer gesagt zwei Themen, heute mal ein bisschen näher zu betrachten und es dadurch von langweilig zu spannend zu bringen. Ich glaube, das könnten wir hinkriegen, wenn wir uns alle einmal kurz einfach zusammennehmen und uns auf dieses Thema einlassen oder auf die zwei Themen, dann könnte das hinhauen. Ich glaube fest daran, dass wir es schaffen, langweilige, gesellschaftlich nicht so anerkannte Themen einfach mal aus der Schublade zu holen und uns mit ihnen auseinanderzusetzen und dann zu verstehen, dass wir sie nicht nur im Bergsport, sondern ganz grundsätzlich im Leben eigentlich ganz gut brauchen können. Diese zwei unfassbar langweiligen Themen, ich sag's gleich, ich hab euch vorgewarnt, sind auf der einen Seite einmal das Thema Kultur und auf der anderen Seite einmal das Thema Nachhaltigkeit. Und bevor jetzt hier alle abschalten, bitte, bitte, bleibt noch ein bisschen dran. Wir beschäftigen uns erstmals mit dem Thema Kultur und erst mal danach mit dem Thema Nachhaltigkeit. Das wird wie in manch anderen Episoden auch schon so zweigeteilt werden. Also ich schau mal, dass ich die Zeit so auf 50-50 bringe und wie es dann letztlich wird, das sehen wir dann. Es ist ja wie immer ungeskriptet. Insofern, Thema Kultur. Was hat eigentlich Bergsport mit Kultur zu tun? Man kann sich in der jüngeren Vergangenheit ja eigentlich ganz gut mit der Kultur des Bergsteigens beschäftigen. Wir haben heute sehr viele Mittel des Ausdrucks, was den Bergsport betrifft. Das war in der Vergangenheit noch ganz anders. In den 70er, 80er und 90er Jahren waren die Mittel des Ausdrucks für den Bergsport sehr, sehr beschränkt. Aber dazu gleich nochmal. Heute haben wir hier deutlich mehr Optionen. Wir können auf der einen Seite Filme über Bergsport schauen. Wir können uns Dokumentationen, Reportagen, Spielfilme anschauen. Oftmals sind Serien heute in einem sehr gebirgigen Setting. Ich denke dann natürlich an meine absolute Lieblingsserie Bergdoktor. Also kann ich voll und ganz empfehlen. Es gibt keine bessere Serie auf der Welt. Ganz, also definitiv. Auf der anderen Seite haben wir aber auch immer noch die klassischen sozialen Medien, die uns heute die Kultur des Bergsports ebenfalls näher bringen können. Wir müssen aber gerade bei letzterem, aber natürlich auch beim Film, also natürlich auch bei Inszenierungen, bei Nachspielungen, Nacherzählungen etc. Da müssen wir trotzdem immer sehr stark darauf aufpassen, dass wir hier nicht im Dunkeln tappen und ganz sehende Auges auch betrachten, dass es Unterschiede gibt zwischen einer der Inszenierung und zwischen dem, was wirklich passiert ist. Dass es Unterschiede gibt, ob jemand tatsächlich irgendwo im Hochgebirge unterwegs ist oder in Wirklichkeit sich einfach nur so darstellen möchte und einfach nur ein dramatisches Foto postet. Auch darüber haben wir schon mal gesprochen, dass es Menschen gibt, die sich einfach nur so darstellen und eigentlich gar nicht so die extremen Alpinisten sind, sondern sich einfach nur über die Optik tatsächlich verkaufen. Das alles ist aber nichtsdestotrotz spannend, wenn man sich genauer darauf einlässt und wenn man sich mit den Thematiken dann länger befasst und auseinandersetzt, dann können Filme heute sehr, sehr interessant sein. Der Film Nanga Parbat beispielsweise, an dem unter anderem auch Reinhold Messner beteiligt war, das ist ein sehr, sehr interessanter Film, denn er zeigt wunderbar, wie gut und einfach eigentlich eine Geschichte über einen Berg, eine Geschichte über eine Besteigung dargestellt werden kann. Wir sitzen in den Kinos, wir sitzen vorm Fernseher, wir sitzen vor der Mediathek und schauen uns diesen Film an und bekommen eigentlich gar nicht so richtig mit, dass wir hier gerade wirklich in eine ganz, ganz andere Welt entführt werden. Das macht das alles natürlich spannend, denn wir müssen eigentlich gar nicht so angestrengt uns mit dieser Kultur auseinandersetzen, sondern wir kriegen sie eben auf dem Silbertablett serviert und das macht dann Kultur auch wieder unter Anführungszeichen erträglich. Wir müssen nicht in die Oper und uns fragen, warum die Alte oder der Alte da vorne eigentlich nicht so singen kann, dass man ihn auch versteht, sondern wir beschäftigen uns wirklich ganz indirekt mit dem Thema und trotzdem sind wir vollgefesselt dabei, zumindest wenn wir interessiert am Alpinismus sind. Besonders, besonders gute Filmprojekte kriegen das natürlich hin, dass sie auch die Menschen in eine Kultur und in eine Bewegung mit reinbringen, die gar nichts damit am Hut haben. Aber ich muss sagen, da sind wir schon wirklich schwer bedient, was diese Kultur des Bergsports betrifft. Wir haben da sehr, sehr wenige Filme, die wirklich durch die Bank auch Leute fesseln, die mit Bergsport gar nichts am Hut haben. Es gibt natürlich da die Extremauswüchse, die erreichen auch Menschen, die mit dem Bergsport nichts zu tun haben. Ich denke da zum Beispiel an den Film Free Solo. Ich denke da unter anderem auch vielleicht an den Film The Alpinist, der da vielleicht auch noch konkurrenzfähig sein wird. Also das sind Filme, ja, da kann man schon sagen, die gehen schon in diese Richtung. Aber ja, also 127 Hours würde ich jetzt nicht unter die kulturelle Auseinandersetzung mit dem Bergsport bringen. Also das ist nicht derselbe Hut, das ist nicht mal derselbe Kopf. Insofern sollte man sich damit auseinandersetzen, mit den Inhalten, die man konsumiert, denn dann wird man sich mit einer Kultur auseinandersetzen können, die sehr spannend ist. Aber wir sind ja jetzt hier nicht, um Filme zu besprechen, sondern wir sind hier, um über Kultur zu sprechen. Aber ich finde, mit Filmen kann man die Kultur sehr, sehr schön darstellen. Spannend ist es eigentlich, wenn wir uns in die weiter zurückliegende Vergangenheit begeben und uns da mit der Kultur beschäftigen und jetzt nicht nur an Filme denken, sondern tatsächlich an die Bergsteiger selber. Kultur ergibt sich immer dann, wenn Menschen einen gewissen Schaffensfreiraum haben, also die Möglichkeit haben, selbst kreativ zu werden und gleichzeitig aber auch einen produktiven Gedanken dahinter betrachten. Das steht zwar nirgends, aber das ist so meine Definition davon, das gebe ich gerne zu. Also immer dann, wenn wir Menschen mehr oder weniger Zeit haben und Mittel dafür haben, uns mit etwas auseinanderzusetzen und einen eigenen Stil hineinzubringen, dann entsteht so etwas oder kann so etwas wie Kultur entstehen. Ich bin davon überzeugt, dass das immer der gleiche Anfangspunkt für jede Kultur grundsätzlich ist. Eine gewisse Idee, eine gewisse Verfügbarkeit von Mitteln und Verfügbarkeit von Zeit und all das gemischt, ergibt dann letztlich die Kultur. Beim Bergsport war es im Prinzip ja auch nichts anderes. Doch Bergsport hat gerade, was das klassische Alpinistentum betrifft, eine sehr dünne Kultur. Das kann man gerne zugeben, auch wenn man sich nicht unbedingt darüber freuen muss. Ich persönlich zum Beispiel denke, dass dem Bergsport viel mehr Kultur guttun würde. Und das sieht man zum Beispiel, wie interessante Auswüchse das alles haben kann, wenn wir in die 70er Jahre oder vielleicht auch noch in die 60er, aber bis in die 80er hinein jedenfalls, im Frankenjura, in den Klettersport schauen. Der Klettersport ganz allgemein hat nämlich eine viel breitere und diversere Kultur, als es der Bergsport eigentlich hat. Das ist insofern interessant, weil der Klettersport damit eigentlich ein Vorzeigebeispiel wäre, wie interessant, abwechslungsreich und vor allen Dingen spannend eine Sportdisziplin, in dem Fall eine Unterdisziplin, des Bergsports sein kann. Auf der anderen Seite ist es aber auch interessant, weil wir sehen dadurch, wie langweilig wir Bergsportler abseits des Kletterns eigentlich geworden sind. Ich meine, man muss ja nur mal in die Kletterhallen schauen und man wird sehen, auch heute besteht eine gewisse Kultur in den Kletterhallen. Es gibt immer so ein paar kleine Grüppchen, da merkt man einfach, das sind so sehr, sehr spezielle Leute, die sich speziell kleiden, die einen speziellen Auftritt hinlegen, die vielleicht auch spezielle Gesichtsbehaarung haben und die geben dem Ganzen aber auch irgendwo dieses Feeling, dieses Kletterfeeling, dass wir alle sehr divers unterwegs sein können und dass es eigentlich scheißegal ist und wir alle nur das darstellen wollen, was uns gerade eben interessiert und diese Eigenwilligkeit, aber gleichzeitig auch die Selbstlosigkeit jedem zu lassen, was er sein will, das ist im Klettersport ganz, ganz fest verankert und ich finde es wichtig, diese Werte auch zu transportieren. Gleichzeitig passiert aber tatsächlich auch genau das. Im alpineren Gelände hat sich die Kultur nie so richtig durchgesetzt und der Grund dafür liegt natürlich auf der Hand. Wir haben ein Ausrüstungsproblem. Dieses Ausrüstungsproblem ist für die Kletterer deutlich, deutlich kleiner. Denn die Dinge, die der Kletterer braucht, die sind relativ klein und natürlich wichtig, aber sind sehr leicht individuell anzupassen. Zum Beispiel ein Klettergurt, den kann man in allen Farben produzieren, den kann man in allen Formen produzieren und so weiter. Und tatsächlich ist das Ding auch relativ klein und unscheinbar am Körper. Also ob der Klettergurt dann orange ist, wenn die Hose in 16 verschiedenen Neonfarben leuchtet, ist dann eigentlich auch schon scheißegal. Man kriegt das irgendwie sowieso unter. Genauso ist es natürlich beim Chalkbag beispielsweise. Also da gibt es heute die kreativsten Ideen, wie man ein Chalkbag gestalten kann. Es gibt gehäkelte Chalkbags, die lustige Muster haben. Ich erinnere gerne an die Marke 8B Plus, die es geschafft hat, nur mit so alternativen Chalkbags, die lustige kleine Monster darstellen. Einen Mörder Reibach zu machen und ein riesiges Unternehmen zu werden. Auch meine Partnerin hat einen von 8B Plus und die Dinger sehen einfach lustig aus. Und sie geben dem Klettern eben diesen Hang zum Individualismus wieder tatsächlich. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, aber das ist ja fast schon Hippietum. Aber im Prinzip ist es das eigentlich nicht, denn wir unterstützen ja hier immer noch große Unternehmen und so weiter. Aber die passen sich eben sehr, sehr gut an den Markt an und vor allen Dingen an die Nachfrage. Insofern hat das viel weniger mit Hippietum zu tun, sondern eher mit einer individuellen Ausdrucksweise. Und genau das ist für mich Kultur. Zwischen den 60ern und den 80ern hat sich im Frankenjura ja eine unfassbar krasse, natürlich sehr hippie geprägte Kultur etabliert. Gerade das Klettern war ein alternativer Sport. Es war so ein Individualismus-Sport. Es war aber auch gleichzeitig so etwas, wo jeder dazustoßen konnte, der möchte. Man musste eben nur damit leben, dass alles irgendwie ein bisschen anders läuft als in der zivilisierten Welt, wo alle 9-to-5-Jobs haben und so weiter. Bei den Hippies unter Anführungszeichen, auch wenn es überhaupt nicht abwertend gemeint sein soll, da liefen die Uhren auch einfach anders. Es wurde gegessen, was man gefunden hat beziehungsweise, was man sich eben günstig irgendwo kaufen konnte. Es wurde viel geteilt. Man konnte mit sehr, sehr wenig Geld sehr lange leben und gleichzeitig haben die Leute eigentlich immer nur ihrem einzigen Hobby nachlaufen wollen, also dem Klettern und das hat im Frankenjura teilweise sehr abstruse Züge genommen, indem man versucht hat, schwerste Wände Free Solo zu klettern. Natürlich spielte da sehr viel Drogenkonsum, sehr viel LSD-Konsum eine riesige Rolle und gleichzeitig ist das aber auch alles der Charme, der heute im Frankenjura immer noch lebt. Gleichzeitig muss man sagen, natürlich starben diese Kulturen über die Zeit aus. Man hat ja durch, gerade durch den Amerikanismus, der sehr stark in Europa sich etabliert hat in den 90er und Nullerjahren, trotzdem auch wieder so eine Art Gleichförmigkeit erlebt und ich möchte das überhaupt nicht bewerten. Das darf jeder für sich, auch ihr dürft das für euch bewerten, ob es besser ist, dass jeder rumläuft wie der größte Clown oder dass jeder gleich rumläuft und jeder eintönig und gleich und angepasst ist. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Alles hat Vor- und Nachteile. Aber gleichzeitig ist es eine starke Kultur gewesen und deswegen sticht es als ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür hinaus heraus, wie Kultur eigentlich funktionieren könnte. Und jetzt schauen wir uns aber auf der anderen Seite zum Beispiel die ganz andere Seite der Alpen an, die Dolomiten. In den Dolomiten war die Kletterkultur immer sehr einfach gehalten, denn es gab keine richtige Kultur. Es gab natürlich Traditionen, es gab Ideen und Ansätze, wie Berge bestiegen werden sollten. Ich möchte nur daran erinnern, dass bis heute hauptsächlich Normalhaken in den Wänden der Dolomiten stecken, selbst in den schwersten Ruten sind die Schlaghaken das, was man häufigsten findet. Es hat alles einen sehr alpinen Charakter und das ist natürlich nicht grundlos passiert, das war kein Unfall, sondern das entstand vor allen Dingen aus Armut heraus. Jetzt müsste man sich überlegen, ist Kultur und Armut miteinander vereinbar oder anders gefragt, kann Armut eigentlich eine eigene Kultur werden? Und heute würde ich sagen ja, damals würde ich sagen nein. Die Menschen gingen notgedrungen, aber trotzdem aus einem gewissen Eigeninteresse die Dinge zu entdecken in die Berge, in die Dolomiten und waren dort Bergsteigen mit Schlaghaken ausgerüstet und das nur sehr spärlich, ergo sie konnten nicht viele Sicherungen verballern, sondern sie waren halt mit begrenzten Mitteln unterwegs und mussten deshalb schauen, wie sie ihre Abenteuer erleben konnten. Auf der anderen Seite gibt es aber gleichzeitig heute diesen Gedanken, dass das Stil hat, dass das Kultur ist. Das ist halt Dolomiten. Wenn man in die Dolomiten klettern fährt, dann weiß man, man trifft auf alpine Abenteuer, auf fragwürdige Schlaghaken und auf spannende Standplatzbauaktionen. Das alles ist fast schon Kultur geworden. Die Leute, die aber in den 40ern und 50ern in Italien diese Routen erstmals erschlossen haben, die haben nicht daran gedacht, dass wir irgendwann 80 Jahre später von Kultur labern werden, sondern die haben sich einfach gedacht, wir wollen da hoch, aber irgendwie zu finanziell erträglichen Mitteln beziehungsweise mit den Mitteln, die wir eben haben. Insofern wurde aus der Not eine spätere Kultur. Das finde ich sehr angenehm, denn ich glaube nicht, dass sie sich das gedacht haben damals, aber gerade wenn ich an die heutige Kultur denke beim Bergsteigen oder auch beim Klettern, die teilweise auch wieder sehr eintönig wurde, wo wir teilweise wieder sehr stark einfach auf die ein, zwei Marken im Bergsportregal zurückgreifen und keiner sich oder nur wenige sich mal irgendwas lustiges Trauen auszuprobieren, da glaube ich, stecken wir ein bisschen fest und ich glaube, dass wir da in Zukunft keine Kultur haben werden und dass sich die Kulturen irgendwie so ein bisschen abflachen werden und der Individualismus sich im Bergsport auch abflachen wird. Wo man das am stärksten sieht, ganz aktiv sieht, ist beispielsweise das Bergsteigen. Das richtige Bergsteigen, was weniger mit Klettern zu tun hat, sondern mit dem alpinen Erreichen von sehr hohen Gipfeln. Hier war der Individualismus nie ausgeprägt. Es gab ihn nie. Es gab keine Leggings wie im Frankenjura und keine Schnauzbärte wie im Frankenjura, aber auch keine einfachen, weiß ich nicht, Hemden wie in den Dolomiten, sondern das Problem am Höhenbergsteigen war immer, dass es ein Ausrüstungssport war. Nicht nur, sondern vor allen Dingen dadurch, dass man sich irgendwie mit einem gewissen Minimum absichern musste. Entweder es war aufgrund der Kälte oder es war aufgrund des Gletschers oder es war aufgrund der Brüchigkeit, aufgrund des Felsgeländes, das nach einem Gletscher kam und so weiter. Der Bergsport lebt oder lebte immer schon davon, funktional zu sein. Und diese Kultur, wenn man das jetzt mal als Kultur schimpfen möchte, sieht man in den Geschäften, dass diese Kultur immer weiter geht. Wir möchten immer funktional unterwegs sein. Die Industrie bietet Funktionswäsche an und alles muss funktionieren. Ich möchte das hier nicht verurteilen, aber es ist Fakt. Und dieser Fakt bringt uns eben dazu, dass diese Kultur nicht existiert, dass wir keinen Individualismus in den Bergen ausleben konnten. Natürlich, die Hersteller versuchen heute mit einer blauen Jacke und mit einer gelben Hose und mit einer weißen Hose und mit einer weißen Jacke und mit einem blauen Käppi und mit einem blauen Rucksack Individualismus herzustellen oder zu simulieren, sag ich mal. Aber die Gedankengänge und das hängt eben mit der Kultur maßgeblich zusammen, weil es geht ja einfach nicht nur darum, was man anhat, sondern es geht auch um das Ganze drum herum. Das hat sich nie wirklich gebildet und das finde ich schon spannend und deswegen ist das hier nicht langweilig. Ich weiß, einige von euch denken schon, mein Gott, das ist ja langweilig, aber es ist nicht langweilig. Hört auf, das zu denken. Jedenfalls geht es darum, dass wir im Bergsport funktional sein müssen und dadurch Kultur eher zurücksteckt. Und man muss sich auch mal überlegen, wie funktioniert, wie würde Kultur in den Bergen überhaupt funktionieren? Also das ist ja eine Frage, die lasse ich hier jetzt mal ganz offen. Ich habe ehrlich gesagt keine guten Ideen. Also hätte ich gute Ideen, würde ich sie selber umsetzen und einbringen. Aber Kultur hängt natürlich auch immer sehr stark von einer Denkweise und von einer Ausdrucksweise und von einer Umsetzungsweise ab. Das bedeutet gleichzeitig, wir könnten zum Beispiel Kultur schaffen, indem wir sagen, wir nehmen bei Graten einfach keine Seile mehr. Das will ich jetzt hier nicht empfehlen, sondern das wäre eine Art der Ausdrucksweise, wie sich Menschen heute noch sehr individuell ausdrücken könnten im Bergsport. Im Prinzip wurde das in den 70ern im Frankenjura nämlich genau so gemacht. Da wurde halt einfach ein paar LSD eingeschmissen und dann wurde einfach die 7 plus mal ohne Seil hochgeklettert. Also wenn der Typ abgestürzt wäre, dann wäre er halt tot gewesen. Aber dem hat das nicht gejuckt, weil der war auf LSD und alle anderen fanden es irgendwie auch geil insofern. Aber das war eine Ausdrucksweise. Die Leute wollten was erleben, die Leute wollten Action und die Leute wollten gleichzeitig aber auch irgendwo ihre Ruhe haben und das alles hat sicherlich großen Einfluss durch Drogen gehabt, aber es war eben auch eine Lebenseinstellung, die da verkörpert wurde. Es gibt Dokumentationen über das Frankenjura, da merkt man erst mal, das ist nicht einfach, das sind einfach nur ein paar Idioten gewesen, die auf Drogen waren, sondern das war eine Lebenseinstellung, da haben Leute zu 7, zu 8, zu 9 in der Wohnung gewohnt, um die Kosten möglichst niedrig zu halten, einfach nur, damit sie jeden Tag klettern gehen können und nicht irgendeiner Arbeit nachgehen müssen. Also das sind Personen wie Wolfgang Gülich zum Beispiel, die genau das verkörpern konnten. Und das finde ich sehr, sehr spannend und deshalb, man muss einfach nur mal darüber nachdenken, gibt es sowas im Bergsport eigentlich? Ich für mich habe in den Bergen, beim klassischen Bergsteigen, bis heute keine Kultur erkannt. Ja gut, es gibt vielleicht die Kultur des Tourismus, aber ich würde das fast nicht Kultur nennen, sondern ihr Gift. Aber alles andere, was wir heute in den Alpen sehen, das hat individualistisch betrachtet, vor allen Dingen aus dem Ausrüstungssektor etwas damit zu tun. Aber im Prinzip versuchen wir alle, naja, den leichtesten Weg hochzufinden, eine Alternativroute zu nehmen. Also wer über den Normalweg schon mal am Großglöckner war, der macht jetzt den Stühdelgrad, aber damit ist er jetzt auch nicht unbedingt der Individualist, der hier ganz neue Ideen etabliert. Am ehesten würde ich das tatsächlich noch den Free-Solo-Bergsteigern zusprechen. So wie es teilweise, aber vielleicht in ganz krasser Form auch Marc-André Leclerc, über den wir letzte Woche gesprochen haben, war. Andererseits muss ich sagen, auch das Free-Solo-Klettern ist sehr eingeschränkt in der individuellen Ausdrucksweise und der Kultur, die dahinter steckt. Insofern, ich weiß es nicht, aber vielleicht wisst ihr ja, was für eine Kultur sich im Bergsport etabliert hat oder welche sich noch etablieren könnte. Ihr könnt mir das ja wirklich, wirklich gerne per Mail an kontakt.alpenbeacademy.at schreiben, auch eure Meinung dazu, euch eure Erfahrungen dazu vielleicht und auf der anderen Seite natürlich auch gerne in die YouTube-Kommentare oder auch bei uns am Discord-Server könnt ihr das gerne diskutieren. Ich finde die Idee hinter Kultur nämlich großartig. Wir müssen nicht, wenn wir an Kultur denken, immer nur an die Oper und ans Theater denken und an Sitzplätze in dunklen Räumen, wo irgendwie alle das Gefühl haben, dass sie intelligent sind und wir persönlich das Gefühl haben, dass wir gleich einschlafen. Ich glaube, Kultur kann vieles sein und es kann sich auf vielen verschiedenen Wegen ausdrücken und zeigen und deswegen kann das natürlich auch im Bergsport möglich sein und ist vielleicht auch schon möglich und ist vielleicht auch schon in der Mache. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Und gerade haben wir ja über die Ausrüstung gesprochen, die den Individualismus ausmacht. Gerade haben wir über die ganze Kleidung gesprochen, die mehr oder weniger heute das einzige Ausdrucksmittel ist, was uns für Kultur noch bleibt und genau das bringt uns jetzt auch schon zum zweiten Thema. Ich weiß, die Überleitungen. Es ist einfach mein Steckenpferd. Es ist halt so. Heute sprechen wir als zweites Thema nämlich über Nachhaltigkeit und es ist nicht langweilig. Nicht abschalten. Es ist nicht langweilig. Wir reden über was Spannendes. Jacken sind ja beispielsweise aus Polyester. Manche sind auch aus Nylon. Seile sind beispielsweise aus Polyamid. Das alles ist im Prinzip Plastik. Also wenn man es jetzt ganz grob und einfach beschreiben möchte, ist das alles mehr oder minder Plastik. Kunststoff eben. Diese Kunststoffe sind sehr mühsam in der Herstellung. Die meisten davon benötigen Erdöl, um vernünftig produziert zu werden. Viele Materialien, die wir heute im Bergsport einsetzen, sind sehr umweltschädlich gefertigt. Außerdem sind sie aus sehr fragwürdigen Arbeitsbedingungen stammend. Das möchte ich niemandem vorwerfen, der jetzt eine XY-Marke Jacke zu Hause hängen hat. Absolut nicht. Denn es geht tatsächlich nicht anders. Es gibt keine Firmen, die zu 100% auf Nachhaltigkeit setzen. Es gibt natürlich sehr, sehr viel Greenwashing in der Branche. Aber darüber muss man heute an dieser Stelle gar nicht so unbedingt sprechen. Es geht mir vielmehr um den Gedanken der Klarstellung. Wir müssen klarstellen, dass wir, das klingt jetzt schon wieder sehr langweilig, einen Planeten haben. Einen einzigen. Wir müssen haushalten mit den Ressourcen, die wir letztlich bekommen haben. Und das tun wir im Bergsport eigentlich mehr als andere Industrien und andere Branchen. Gleichzeitig spricht es uns aber nicht von der Verantwortung frei, auch in unserer Branche darauf zu achten, dass die Bedingungen stimmen, dass die Ressourcen schonend verwendet werden und dass wir sparsam sind. Nur weil die Formel 1 zehnmal mehr Gummi verheizt, als wir Nylon in unsere Jacken verheizen, bedeutet das nicht, dass wir aus der Verantwortung zu ziehen sind. Denn dieses Spiel kann man unendlich lange spielen und damit wird es irrelevant. Denn die Formel 1 zeigt auf die Kreuzfahrtschiffe, die Kreuzfahrtschiffe zeigen auf die Luftfahrt, die Luftfahrt zeigt auf die Raumfahrt und die Raumfahrt zeigt auf die Ölindustrie und so schließt sich irgendwann der Kreis und man ist ja irgendwann wieder bei den Formel 1 Autos angekommen. Das ist sinnlos und vor allen Dingen es ist quasi dieses Probleme einfach zum nächsten schieben und schauen, was er damit macht und einfach die Finger überkreuzen und hoffen, dass es nicht irgendwann wieder zurückkommt. Und das ist im Bergsport definitiv zu wenig. Wir sind deutlich besser als das. Wir sind Menschen, die sich mit der Natur verbunden fühlen und die sich mit der Natur in Einklang bewegen wollen und darauf achten wir ja auch. Die meisten von euch werden mir zustimmen, wenn ich sage, wir sollten uns immer an das Wegerecht halten und vor allen Dingen auch an die Wege halten. Wir sollten darauf achten, dass wir nicht die ganze Flora und Fauna kaputt trampeln. Niemand würde da sagen, naja, also mir ist das egal, ich gehe da, wo ich Lust habe. Und so ist es aber dann gleichzeitig paradox, wenn die Stimmen immer leiser werden und die Zustimmung immer weniger wird, wenn ich beispielsweise sage, wir sollten keine unnötigen Produkte kaufen, die wir vielleicht eh schon zu Hause haben und sie uns einfach nur nicht mehr gefallen. Beispielsweise eine Softshell-Jacke oder eine Fleece-Jacke, die ja einfach halt schon drei Jahre alt ist und deswegen einfach mal ausgetauscht werden kann. Hier werden die Stimmen leiser, denn viele sagen, naja, aber ich habe mir das Geld, das ich dafür bezahle, ja verdient und ich bezahle ja was dafür und so weiter. Aber in Wirklichkeit kann man Verbrechen an der Umwelt, Verbrechen an der Ressourcennutzung und am Ressourcenverbrauch nicht mit Geld aufwiegen. Denn wir müssen ja überlegen, wer kriegt das Geld denn? Das Geld kriegt ja der, der für den Ressourcenverbrauch direkt und indirekt verantwortlich ist. Insofern macht diese Logik ja fast keinen Sinn. Wir müssen uns also mit einer ganz anderen Herangehensweise beschäftigen. Wir müssen uns damit beschäftigen, dass das, was wir haben, möglichst sinnvoll genutzt wird. Und dabei sprechen wir bitte überhaupt nicht mehr von Preis. Preis sollte immer vollkommen losgelöst sein von einer gewissen Nachhaltigkeit und einer ökologischen Herangehensweise an den Bergsport. Denn ja, es wird, und das ist die traurige Realität, nicht mehr mit günstigster Kleidung funktionieren. Und es wird auch nicht mehr mit günstigstem Schuhwerk funktionieren. Das Problem ist aber gleichzeitig, wir als Konsumenten achten eben auf die schmale Mark. Ich habe neulich vom Frederik, der ja aus dem letzten Podcast bekannt sein sollte, eine interessante Dokumentation empfohlen bekommen zum Wursthersteller Wilke. Und Wilke hat, und das sagt diese Reportage, die längere Ausführung davon, hat nur deshalb funktioniert, weil es den Kunden egal ist, was sie kaufen. Und auch natürlich, weil im Hintergrund ziemlich viele dreckige Strukturen gelaufen sind, aber auch, weil Kunden eben bereit sind, für 100 Gramm Wurst einfach nur mal 50 Cent zu bezahlen oder so ähnlich. Das bedeutet, der Konsument trägt natürlich eine Verantwortung dafür, was der Produzent tut, was der Produzent verarbeitet und wie der Produzent letztlich handelt. Und wir im Bergsport und in der Outdoor-Branche dürfen uns nicht aus der Verantwortung ziehen, nur weil wir einen naturbelassenen Sport praktizieren. Das wäre einfach falsch und zu wenig. Und ich weiß, das sind schon wieder radikale Worte und ich weiß, da werden mir viele wieder erklären, warum soll ich was für die Umwelt tun, da sollen ja wieder mal die Leute in der Formel 1 drauf schauen. Aber wie gesagt, dieses Argument zählt nur dann, wenn man selber immer nur hofft, dass das Problem nicht irgendwann wieder zurückkommt. Und es kommt jedenfalls zurück, denn wir teilen uns diese Scheißwelt ja im Prinzip. Ergo sollten wir das eben nicht tun und uns einfach mal auf unseren Arsch setzen und die Verantwortung dafür übernehmen, was wir auf unserer Ausrüstungswand hängen haben. Genauso wie ich das eben auch tue. Und meine Bandschlingen sind teilweise schon neun oder zehn Jahre alt. Sie funktionieren noch, sie sehen einwandfrei aus, sie haben keine technischen Mängel, ich verwende sie immer noch, ich bin immer noch nicht tot. Auch meine Seile sind definitiv etwas älter, denn wenn ich sie nicht regelmäßig brauche, wie beispielsweise mein Gletscherseil, das immer noch sehr gut aussieht, dann verwende ich das auch gerne mal sechs, sieben, acht, neun Jahre lang. Denn warum nicht? Und das ist Sicherheitsausrüstung, da bin ich normalerweise extrem penibel und sehr, sehr vorsichtig, aber wir können uns das auch gerne bei den Jacken anschauen. Meine letzte Daunenjacke, das war meine, das war gleichzeitig auch meine erste Daunenjacke, glaube ich, die ich mir jemals gekauft habe, die habe ich jetzt seit, ja, ich glaube, ungefähr sechs Jahren müsste ich die jetzt haben oder seit fünf Jahren, ungefähr so um den Dreh herum. Das war das erste Mal, dass ich mir eine Daunenjacke gekauft habe, weil davor bin ich immer mit Fleece-Kombinationen herumgelaufen und Fleece, Softshell, etc. und ich wollte mal eine Daune ausprobieren. Diese Daunenprodukte sind in ihrer Herstellung fragwürdig. Natürlich, es gibt Fair Down Certificates und so weiter, aber wir alle wissen, dass das Bullshit ist. Also, ganz ehrlich, Zertifikate sind da, um nicht eingehalten zu werden, Zertifikate werden gekauft und Zertifikate sind eine gute Gelddruckmaschine, aber im Prinzip sind sie weder mehr noch weniger und selbst wenn da Greenpeace draufstehen würde, jeder Mensch hat seinen Preis, jeder Kontrolleur hat einen Preis und jede Firma und jedes Label sowieso haben ihren Preis. Gehen wir mal weg von den Labels, beschäftigen wir uns nämlich einfach mal nur mit dem reinen Prozess. Die Gänsen und die Enten, die dafür, ja, gerupft werden, damit man irgendwelche Daunenprodukte herstellen kann, das ist einfach eine leidvolle Angelegenheit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir heute eine neue Daunenjacke kaufe, weil ich mir denke, na, das Blau, das gefällt mir nicht mehr und sie ist mir irgendwie, naja, so anderthalb Nummern zu groß, das ist ein bisschen blöd, weil ich habe sie mir in der Zeit gekauft, da war ich halt noch massiv fetter. Insofern, naja, dann kaufe ich mir halt einfach eine neue. Nein, ich lebe immer noch mit dieser einen Jacke, mit dieser einen Daunenjacke, die mir, ja, anderthalb Nummern zu groß ist, aber ganz ehrlich, drauf geschissen. Ich bin zufrieden damit, mir ist warm damit und vor allen Dingen, ich weiß, dass dank mir einmal Tiere leiden mussten, also egal, wir brauchen uns jetzt nicht darüber streiten, wie sehr und ob das jetzt gut oder schlecht war und mit dem Fairdowns, ist vollkommen egal. Es geht mir mehr darum, dass ich weiß, dass ich für die letzten sechs Jahre und vor allen Dingen auch für die Zukunft, denn ein Ende ist nicht absehbar, jedenfalls vorgesorgt habe, dass sowohl in Sachen Umweltschutz als auch in Sachen Tierschutz definitiv kein Leid entsteht. Denn für so Daunenwäsche und die Materialien waschen und natürlich auch das Polyester, das drumherum produziert wird, damit die Daunen natürlich auch irgendwo drin sind und so weiter, das alles kostet eben auch Ressourcen und das alles ist eben auch umweltschädigend und nicht nur tierschädigend. Und ich weiß, mit gutem Gewissen, dass das zumindest für einen Zeitraum von zehn Jahren nicht mehr passieren muss, was meine Daunenjacke betrifft. Und das ist jetzt ein sehr, sehr einfaches Beispiel. Aber das Prinzip dahinter ist letztlich immer das gleiche und das kann angewandt werden auf Hosenschuhe, Jacke, Mützen, auf Kappen, auf Klettergurte, ist vollkommen scheißegal. Wenn ich nicht unbedingt etwas Neues brauche, dann sollte ich mir auch nichts Neues kaufen. Und das gilt im Bergsport eben deshalb und es gilt selbstverständlich auch in der Fast Fashion und Modeindustrie ganz abseits vom Bergsport. Also wenn wir nur über Alltagsgegenstände reden, da gilt das natürlich genauso. Und ich möchte übrigens an dieser Stelle überhaupt nicht als Moralapostel auftreten. Ich möchte nicht mit dem Finger jetzt auf dich oder mich oder andere Leute zeigen. Ich möchte nur das Grundprinzip dahinter einfach mal in Frage stellen, ob es so sinnvoll ist, dass wir uns immer neue Dinge kaufen, obwohl wir sie nicht brauchen. Übrigens, Secondhand ist eine sehr lustige Angelegenheit eigentlich. Denn die Dinge werden neu produziert, weil ich mir etwas Neues kaufen will. Der Zyklus wird ja deshalb nicht gestoppt, nur weil ich meine alten Sachen wem anderen gebe. Das ist auch die kleine Augenauswischerei, wenn ich beispielsweise meine Sachen der Altkleidersammlung gebe, damit sie Obdachlose erhalten. Das ist jedenfalls eine großartige Sache und das sollte jeder tun, der in Erwägung zieht, neuwertige Dinge oder auch gebrauchte Dinge, die noch gut funktionieren, wegzuschmeißen, gibt sie lieber an so Sammelstellen ab. Aber die andere Seite von Secondhand ist natürlich, ich will mir etwas Neues kaufen, ich will aber mit dem Ding, ich will jetzt nicht einfach meine Jacke wegschmeißen, weil das wäre ja komplett verschwendet, deswegen bringe ich sie in einen anderen Zyklus rein und drücke sie jemandem auf, der gerade nach einer Jacke sucht. Aber dadurch hat sich ja nichts verändert. Ob sich er jetzt eine Jacke kauft oder ich mir eine Jacke kaufe und er meine kriegt, das hat ja überhaupt keinen Unterschied in der Produktion gemacht und man hat damit jetzt niemandem was ausgewischt, man hat nicht alles besser gemacht. Natürlich ist es besser, als wenn ich die Jacke wegschmeiße und ich kaufe mir eine neue und er kauft sich eine neue, aber ich hätte mir halt auch meine behalten können, wenn sie ja eh einwandfrei funktioniert. Und da rede ich jetzt wirklich nur von Textilien und Schuhen und so weiter und nicht von technischer Sicherheitsausrüstung. Das ist ja definitiv ein ganz anderes Thema. Gleichzeitig frage ich mich aber auch, ob den Menschen, die gerne das tun und da gibt es viele davon, das muss niemand jetzt sein, der hier zuhört, aber ich gehe mal davon aus, der ein oder andere wird dabei sein, der einfach die Dinge entsorgt, weil es das Neueste sein muss. Zum Beispiel, man schmeißt seine Garmin Fenix 6 weg, weil man eine Garmin Fenix 7 haben will, denn die kam jetzt vor kurzem erst auf den Markt und die Fenix 6 wirkt auf einmal nicht mehr so cool, weil die Fenix 7 jetzt draußen ist und hey, schau mal, wie cool die aussieht und vor allen Dingen, wie neu das Interface ist und so weiter. Das sehe ich einfach als falsch. Ich bin der Meinung und wie gesagt, ich bin mir sicher, dass Leute dabei sein werden, hier, die jetzt zuhören und sagen, ja, aber das ist mein Recht und so weiter und alles klar, aber ich sehe es trotzdem als nicht richtig an. Denn nur weil ich neue Produkte auf den Markt bringe, sind die alten deshalb nicht schlechter geworden. Natürlich verstehe ich das Argument, dass man sagt, ja, man will aber immer wieder mal neue Sachen haben, man braucht Abwechslung im Leben, man will den Individualismus fördern, indem man selber auch sich immer wieder neu präsentiert und darstellt. Das sind die Grundkonzepte, wie Fast Fashion die letzten Jahrzehnte so funktionieren konnte, wie es nun mal funktioniert hat. Trotzdem ist das meiner Meinung nach keine Legitimation für dieses Vorgehen und gerade wir in unserer Branche, gerade wir in unserer Sparte, in unserem Hobby sollten uns darüber eben im Klaren sein, dass wir hier auf dem Kriegsfuß sind mit allem, was ökologischen und nachhaltigen Werten entspricht. Ja, Nachhaltigkeit ist vielleicht langweilig und Ökologie kostet Geld und ist definitiv aufwendig. Aber wenn wir in Produkte investieren, die wir dann für zehn Jahre haben, dann ist es auch okay, wenn wir dafür doppelt so viel bezahlen, wie für ein Produkt, das wir nur zwei Jahre haben. Denn letztlich haben wir damit dann deutlich mehr Geld gespart. Und diese Rechnungen sind schwierig, denn sie gehen manchmal vielleicht gar nicht auf, weil das ökologische Produkt trotzdem kaputt wird, weil das ökologische Produkt genauso vielleicht irgendwo hängen bleibt am Fels und dann ist es kaputt und reißt die Jacke auf etc. Aber das sollte aber auch nicht unser Ziel sein. Und deshalb habe ich auch gesagt, man muss es von den Preisen abkoppeln, dieses Thema. Denn die Ökologie und die Nachhaltigkeit, die sollten nicht am Preis bemessen werden, wenngleich das auch bedeutet, und das ist jetzt schwierig und gefährlich, dass man hier nicht sich in einer falschen Argumentation verzettelt, die Preise dürfen nicht deshalb so hoch sein, weil es ist ökologisch und deswegen können wir Margen ohne Ende draufschmeißen. Die Preisrealität sollte trotzdem gewahrt werden, genauso wie es eben bei unökologischen Produkten der Fall ist. Aber gleichzeitig sollte man beachten, dass ökologische Produkte in der Herstellung und nachhaltige Produkte in der Herstellung natürlich etwas mehr Geld kosten. Aber gleichzeitig muss man eben auch erwähnen, dass Marken durch Greenwashing eben höhere Preise auch legitimieren wollen, obwohl überhaupt nichts nachhaltig oder sonst irgendwas dran ist. Das heißt, wir haben hier eine gefährliche Situation und das Einzige, was Kunden wirklich weiterhelfen würde, wäre ein Transparenzgesetz, dass man sagt, alle Hersteller müssen, so wie bei Lebensmitteln, ihre Zutatenliste, müssen Hersteller eben angeben, aus welchem Land, von welchem Standort kommt mein Produkt. Wo ist das? Kann ich das irgendwie nachvollziehen? Ich will nicht irgendwelche Bilder und sonst was oder Werbespots dazu haben, sondern ich will gesetzlich verpflichtend haben, dass der Hersteller hinschreiben muss, die Schafe leben auf dieser und jener Farm, die Gänse leben auf dieser und jener Farm. Die Hersteller produzieren in diesem und jenem Land, gut, das haben wir teilweise schon, in diesem Land ist die Adresse der Fabrik diese und jene und diese Fabrik bezahlt ihre Mitarbeiter fair oder eben nicht fair und das muss zu 100% ausgeschildert werden und die EU in diesem Fall muss definitiv dafür verantwortlich sein, das auch zu kontrollieren und zu überprüfen. Ich möchte hier nur ein anderes Beispiel noch einbringen. Man muss sich das mal überlegen, die EU hat tausende Richtlinien dafür, wenn man ein Lebensmittel auf den Markt bringen möchte in der EU. Das ist so unfassbar schwierig, man muss so viele Regeln dafür erfüllen, man muss so auf so unfassbar viele Kleinigkeiten achten. Es gibt Hygienevorschriften, Zutatenvorschriften, Konservierungsvorschriften. Es gibt wirklich tausende Regulierungen und Vorschriften, die aber auch penibelst geprüft werden, wenn man wirklich etwas in der EU releasen möchte. Warum schaffen wir das bei Textilien nicht? Ich glaube, ein wichtiger erster Schritt zur Nachhaltigkeit ist es, dass wir dem Konsumenten klar machen, was er hier kauft. Es hat bei Zigaretten teilweise auch funktioniert. Man hat gesehen, mit der Einführung von diesen Konsequenzbildern bei Zigaretten ging der Konsum von Zigaretten tendenziell runter. Ich möchte nicht damit sagen, dass die Leute jetzt alle aufhören sollen zu rauchen, die Leute sollen machen, was sie wollen, aber den Leuten sollte eben auch gleichzeitig bewusst sein, was sie tun und was sie vor allen Dingen damit anrichten. Denn, das ist der große Unterschied zu einer Packung Zigaretten. Mit der Packung Zigaretten finanziere ich den einen und schädige mich selber. Mit der einen Jacke, die ich für mich kaufe, finanziere ich den einen, schädige den anderen und ich selber profitiere mehr oder weniger davon. Denn es hätte ja vielleicht ein gleiches Produkt zu anderen Umständen produziert gegeben, aber ich weiß davon nichts, denn es gibt einfach überhaupt keine Beschilderung und Klarstellung und keinerlei Richtlinien dafür, dass das auch dementsprechend transparent sein muss. Und ja, natürlich ist der Konsument teilweise verantwortlich und natürlich ist der Hersteller teilweise verantwortlich, aber eben auch ist eine wichtige Institution wie die EU ebenfalls teilweise dafür verantwortlich, dass sich die Dinge ändern. Denn wenn der Spieler nicht mitspielt und der Spieler nicht selbstständig darauf achtet und er ist in dem Fall der Konsument und auch nicht der Spielersteller dabei mitspielt und dementsprechend naja, ich sag jetzt mal seine Sorgfaltspflicht einhält, wenn er Feuerlöscher in Vietnam oder in Bangladesch in wichtigen Fabriken verbaut und so weiter, dann müssen eben die Spielregeln geändert werden. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt zur Nachhaltigkeit und ich finde das alles andere als langweilig. In diesem Sinne, ich hoffe, die heutige Podcast-Episode war nicht langweilig und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche am Sonntag wieder. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!